Hallo, in diesem Video nur ganz kurz vorgestellt, Piehole, das selbstgenannte schwarze Loch für Werbung im Internet. Der einfachste Weg, Werbung im eigenen Netzwerk netzwerkweit zu unterbinden. Natürlich kann man einen Adblocker installieren und auf PCs oder Laptops, da geht das auch ganz gut, aber man muss es halt überall installieren. Und das eigentliche Problem ist natürlich, dass es durchaus Geräte gibt, wo es gar nicht so einfach ist, einen Adblocker zu installieren. Da müsste man zum Beispiel bei einem Android in der Regel das Gerät schon routen, um dort einen Blocker effektiv nutzen zu können. Beim iPhone, da sieht es ganz ähnlich aus. Und auf dem eigenen Fernseher, auf dem Smart TV, gut, da wird das noch schwieriger. Kurz die Theorie gezeigt, auch wenn das zugrunde liegende Prinzip sicher vielen schon bekannt ist. Dazu einfach mal das hier schematisch dargestellt. Hier unten natürlich mein Rechner und hier haben wir die Content-Server im Internet, die mir also den normalen Inhalt bieten und das soll jetzt hier Werbe-Server sein. Wenn ich also nun auf den eigentlichen Content zugreifen möchte, dann kenne ich ja die Nummer von den Servern nicht. Deswegen gibt es eine sogenannte DNS-Anfrage an den DNS-Server. Der wird eventuell von ihrem Provider gestellt oder zum Beispiel Google bietet einen an. Mit unter der Nummer 8888. Die Antwort von meiner Anfrage, welche Nummer haben denn zum Beispiel sempervideo.de, die bekomme ich dann von dem DNS-Server und daraufhin wird die entsprechende Anfrage an den Server gemacht und die Seite erscheint auf meinem Monitor. Die jetzt hier beispielhaft genannte Seite, die zwingt ihren Webbrowser aber noch dazu, Werbung nachzuladen. Das heißt, es wird eine weitere Anfrage geben an den DNS-Server. Der löst die Anfragen mit den Nummern auf und eben die Werbe-Server werden angesprochen und eben die Werbung erscheint auch in der Seite. Wenn ich nun Piehole nutze in meinem Netzwerk, dann verändert sich das Ganze wie folgt. Also, Piehole habe ich jetzt hier installiert. Insoweit kommt da die erste Anfrage eben nach der Webseite. Wird von Piehole entweder beantwortet oder wenn Piehole die IP nicht kennt, dann fragt Piehole für uns quasi an und zwar beim eigentlichen DNS-Server, den wir Piehole natürlich mitgeteilt haben müssen. So, wir bekommen die Antwort am Ende des Tages und wir können auf den Contents-Server zugreifen. Jetzt das gleiche mit den anderen Zugriffen. Die Werbung soll also geladen werden. Die entsprechende Anfrage wird an das Piehole gestellt, aber Piehole erkennt den Server aufgrund einer internen Liste und stellt die Anfrage gar nicht erst, also an den normalen DNS-Server, sondern beantwortet die Anfrage mit einer, ich sag jetzt mal ungültigen IP. Insoweit die Anfrage hier, die wird nie gestellt. Insoweit kann das Ganze hier auch auf dem Rechner nicht erscheinen. Vereinfacht gesagt haben wir hier also ein eigenes DNS-System, das die entsprechenden Anfragen filtert. Kommen wir also als nächstes zum praktischen Teil. Ich zeige das hier beispielhaft an einem Raspberry Pi Modell 3. Da das zugrunde liegende Betriebssystem ein Linux ist, klappt das aber genauso auf fast jedem anderen Linux, zum Beispiel Ubuntu oder Linux Mint. Habe ich auch bei beiden schon geprüft. So, wir brauchen nur eine Zeile. Ich habe mich auf dem Raspberry Pi angemeldet und mich mit sudo i zum Root-Nutzer gemacht. Insoweit die eine Zeile, die wir brauchen ist curl-ssl-https-install.py-hole.net und danach das Pipe Symbol Bash. So, wir laden nämlich jetzt eigentlich nur ein Skript runter und das wird danach ausgeführt. Das Skript und das Skript lädt dann die eigentliche Software, die wir noch brauchen, automatisch nach. Also, schicken wir das Ganze ab. Dauert natürlich einen Moment. Das wird hier natürlich bestätigt. Das ebenfalls und das zum Abschluss auch. So, jetzt müssen wir angeben, wo soll denn unser Piehole die entsprechenden IPs für die DNS-Anfragen herholen. Da wird dann angeboten Google Open DNS. Da können Sie nehmen, was Sie möchten oder hier unter Custom einfach zum Beispiel den DNS-Server Ihres Providers eintragen. Also, alles überhaupt kein Problem. Ich habe am Ende mit der Tab-Taste auf OK gewechselt und dann abgeschickt. So, wir wollen das Ganze für IPv6 und IPv4 haben. Die Standardeinstellung, die können wir nehmen. Das bleibt alles. Am Ende kriegen wir da ganz kurz nochmal eine Auflistung des Ganzen. Wir bestätigen mit Ja. So, wir müssen natürlich klarstellen, dass unser Pie immer wieder dieselbe IP von unserem Router bekommt. Also, wenn Sie da mit wechselnden IPs arbeiten und Ihr Pie eventuell mal eine andere IP bekommt, ja, dann kriegen Sie natürlich Schwierigkeiten insoweit das hier vorher sicherstellen. Zum Beispiel, indem man dem Pie eine feste IP zuweist oder halt zum Beispiel, indem man im Router, bei der Fritzbox geht das zum Beispiel, indem man dem Router sagt hier, unser Pie kriegt immer dieselbe IP, auch wenn die streng genommen variabel ist. OK, hier werden wir gefragt, wollen wir Log-Dateien erstellen von den entsprechenden Anfragen. Da habe ich jetzt einfach bestätigt und dann wird das Ganze entsprechend nachgeladen, die Pakete. Wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, bekommen wir nochmal eine entsprechende Übersicht, eben die IP, unter der das Piehole nun zu erreichen ist. Unterverzeichnis Admin, um es zu administrieren. Und das Passwort ist hier entsprechend genannt. Am besten das Ganze merken. Dann OK. Und das sollte es dann gewesen sein. Ist das Passwort zu komplex oder zu einfach, können wir es natürlich ändern. Entsprechender Befehl wird hier direkt genannt, eben Piehole minus A minus P und dann einfach das neue Passwort nennen. Oder wenn wir das Ganze ohne Passwort betreiben wollen, einfach Piehole minus A minus P und kein Passwort dahinter. Und steht dann hier direkt, Passwort wurde entfernt. Das ist natürlich nicht besonders gut für die Sicherheit. Sollte man nur machen, wenn man sich ganz sicher ist, dass da eben sonst keiner drauf zugreifen kann. Beziehungsweise die, die im eigenen Laden sind, die machen da keinen Unsinn. Schauen wir uns die Admin-Oberfläche an. Dazu einfach den Firefox geöffnet, die IP eingetragen. 192.168.111.55 slash Admin eingegeben. Dann bekommen wir hier die entsprechende Verbindung und die Daten. Dann sehen wir dann hier Domains, die geblockt werden. Ungefähr 98.000. Und da ich das Ganze noch nicht benutzt habe, steht hier auch noch nichts. Um unser Pie dann abschließend ansprechen zu können, müssen wir natürlich noch die entsprechenden Rechner konfigurieren. Jetzt werden natürlich wieder einige Zuschauer sagen, Moment mal, da kriege ich doch wieder Probleme mit den Geräten, die sich nicht so einfach konfigurieren lassen. Und ja, das ist durchaus richtig, aber da gibt es natürlich eine Lösung für. Auch jetzt hier ganz kurz gezeigt. Also, ich gehe hier einfach auf meinem Linux-Rechner in die Netzwerkeinstellungen und bekomme dann hier die entsprechenden Daten angezeigt. Das ist so die Standard-Einstellung. Und zwar, jeder Rechner sucht nach einem DHCP-Server und fragt den DHCP-Server nach der entsprechenden IP. So, und die ist in der Regel der DHCP-Server selber, beziehungsweise auf demselben Rechner. Bei mir ist das jetzt hier der Router. Im konkreten Fall ist das hier die Fritzbox im Netzwerk. Die spielt automatisch auch den DNS-Server. Das heißt, ich kann mir die komplette Konfiguration oder Re-Konfiguration der entsprechenden Rechner sparen, wenn ich einfach meinen Router anweise, das Piehole zu benutzen. Dazu jetzt hier beispielhaft in meiner Fritzbox einfach hier unter Internet, dann die Zugangsdaten aufgerufen, dann haben wir hier den DNS-Server und dann hier auch die Standard-Einstellung DNS-V4, eben der, der vom Internet-Anbieter zugewiesen wird. Und das einfach hier abändern, hier draufklicken, hier dann die IP des Piehole eintragen und als zweites, weil wir ja keine zweite haben, einfach 8.8.8 oder die erste IP von Ihrem Provider, die der Ihnen anbietet. Also die zwei hier eintragen, entsprechend übernehmen und schon ist das Ganze gespeichert. Und jetzt gehen wir dann von der Reihenfolge so vor, dass Ihre Geräte halt bei Ihrem Router nachfragen. Der Router fragt am Piehole nach und für den Fall der Fälle, dass das Piehole das nicht weiß, geht das dann entsprechend weit. Jetzt werden natürlich wieder einige sagen, hier die ganze Kaskadiererei, dauert das dann nicht unendlich lange? Nein, das merken Sie nicht. Damit ich allerdings jetzt hier das mit dem Admin Interface zeigen kann, werde ich das hier nur für den Rechner jetzt mal beispielhaft abändern. Also die entsprechenden Daten aufgerufen, DNS-Server, automatisch Nein, denn ich möchte, dass hier dieser Server benutzt wird. 111.55, anwenden, die Schnittstelle kurz neu starten, dann habe ich jetzt hier den neuen DNS-Server drin. Also machen wir den Stresstest. Dazu einfach hier www.bild.de aufgerufen. Er merkt offenbar nicht mal, dass ich da etwas drin habe. Und hier die entsprechenden Anfragen. Also, viel einfacher kann das nicht mehr werden. Es gibt inzwischen im Handel auch fertige Geräte, die genau nach dem selben Prinzip vorgehen, ist natürlich dann nicht Pi-Hole, sondern ein anderes Skript. Kosten 130 Euro. Das hier ist einfacher und schneller. Kann man sich also sparen und ist doch richtig einfach. Okay. Und dann At flourinkommen. Untertitelung des ZDF, 2020